hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge fallout new vegas wir sind immer noch im prim und bewegen uns jetzt mal richtung süden zu diesem stützpunkt der ncr dort müssen wir ja mit den chefs da reden um unseren sheriff zu begnadigen außerdem sollen die hier neue truppen noch nach prümen senden gehen wir doch mal ein bisschen da die schuffen zu brauchen jetzt nicht als waffe naja wir sind häuser das kann ich hier nicht in mir vorbeigehen lassen soll jemand wohnen oder was auf jeden fall ist jemand da das ist ein bisschen gelauern bitte ich 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 Ach komm, ich bin so vollgepackt. Ist auch schön hier zu leben. Wir essen alle das gleiche, aber lassen die Essen nicht mehr stehen. Nur ich kann echt nicht leben. Oh, Nudeln. Okay, auch hier nichts Sinnvolles. Oh. Ist der Wohner da? Der ist in dem Auge. Ein Messer. Okay. Was ist bei dem? Ich fühle mich hier was leckeres zu essen. Ich fühle mich hier was leckeres zu essen. Irgendwo ist hier was. Ich muss mir das auch schenken können, hier reinzugehen. Okay. Dann reisen wir mal weiter. Schön, so eine Achterbahn im Hotel. Ja, da funktioniert die nicht mehr. Hätte ich ja mal gerne genutzt. Mal sehen. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Okay. Eieiei, schießt mir echt schlecht. Eieiei, schießt mir, schießt mir, schießt mir, schießt mir. Und schießt mir mal in den Arm. Na? Na? Na, ne, schießt mir mal die Pistole. Und schießt mir, schießt mir. Ich hab mir Munition für die... Ich wohl irgendwo geklaut. Oh, ich konnte mir da ganz schön viel essen. Mich ganz schön verletzt hat. Bin ich denn jetzt zu schwer? Ach, weil das Stärke minus 1 macht. Na toll. Jetzt muss ich kurz warten, bis ich wieder... Bis der Kuriotensteak wieder weg ist. So, was sehen wir denn von hier? Ach, da unten ist eine Tankstelle. Und da geht's hoch in die Berge. Ich glaube, ich will mir hier hoch in die Berge gehen. Und dann nochmal runter zu lang stellen. Ja, 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 wie lange hält das denn? Ja, 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 ja. Wenn mir was zu schwer ist, kann ich auch nicht mehr so laufen. Aber... Mein System ist ja gut gemacht. Aber es bleibt jetzt natürlich wieder ewig der Effekt. Und dann greif ich jetzt hier was hin. Und dann greif ich jetzt hier was hin. Auch da ist auch ein Punkt, den man... ...decken kann. Gut, da haben wir jetzt schon noch welche. Juhu. Du musst jetzt auch einen... ...redecks oder... ...better wei... ...redecks? ...redecks? Ich stehe einmal auf und dann sieht er mich Das ist ja ein bisschen blöd von mir Oh, da ist schon wieder eine neue Waffe Ich muss jetzt aber noch mal ein bisschen was Okay, jetzt habe ich eh Oh, der ist richtig stark Cowboy Repeater 16 Schaden pro Schuss, hier ist noch einer Man, nur 12 Schaden pro Schuss Oh, wir müssen jetzt mal aus das Ding Prospektor ist dann, okay Guck mal rein, legte jemand direkt Dead Prospektor Dem geht's wohl nicht mehr so gut So, der ist komplett am Arsch, mein Hut Oh, mein Auto ist auch komplett am Arsch Gut Oh, mein Auto ist ja jemand Oh, mein Auto ist ja jemand Oh, mein Auto ist ja jemand Das ist cool, der Cowboy Repeater Genauso stelle ich mir das vor Ja, alles dabei Ich muss noch mal meinen Hut reparieren Oh, ein Cowboy-Repeater ist schöner, wenn sie aber direkt verriehen Der Minerville Pistel kann ich auch reparieren. Da liegen schon viele Tote. Ich habe ja noch die Knarren. Ich habe ja schon aktuell ziemlich viele. Da muss ich auch mal was anderes ausprobieren. Der Cowboy Repeater, der ist ja... Oh, also wir gehen jetzt. Dann können wir die Waffe immer wechseln, wenn es mal ernster wird. Was essen kann man auch, glaube ich. Jo, da kommt schon der erste Neckel. Stähle ich kurz mal... Na? Na? Ha. Na? 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 Warum legst du mir jetzt gleich nicht? Hau, hör auf mich zu schlagen, das tut mir weh. So, weil mein Kopf gecribbelt war, hab ich nichts mehr gesehen. Dies, finde ich tesslich. Okay, mit der, wenn magst du es nicht. Puh, jetzt war der Leader, okay. Whisky, nee, danke. Da war wieder ein blauer... ...bottlecap, ja. Oh, da liegt ein Tor, da. Wie geht's denn generell nicht so gut hier drin? Oder hab ich ihm eigentlich einen Gefallen getan? Boah, Slave Scarf! Hm. Dann nicht, wenn er keine Punkte bringt. Das ist ja gar nicht. Ich bin einfach in diesem Spiel der größte Messi der Welt. Aber okay. ... Noch ein Cover-Repeater, das ist doch schön. Ich werde ihn jetzt auch gleich komplett reparieren, das Ding. So, ah, die Namen haben wir auch. Oh, Elodding Bench. Aber ich glaube, ich kann damit eh nichts anstellen. Ja doch, ich kann ja rüber. Was gibt's denn alles so? Primer Smaller Pistol. Aber so viel besondere Munition kann ich eigentlich gar nicht machen. Ja, wie die Schrubbwinde kann man verschiedene Munitionsarten machen, aber so. Nö, dann nicht. Sonst hier noch irgendwas von Interesse. Storage Area. Sonst ist hier gar nichts. Und hier direkt was an trinken. Die wirken aber doch auch zusammen. Oder nicht. Ist schon verdammt viel wert, aber so viel kann ich halt bei Weitem nicht tragen. Ich habe noch den Flammenwerfer, den ich hier ja nie benutzen werde. Na gut. Dann bin ich jetzt mal die Folge hier und es geht weiter in der nächsten Folge. Bis dann.